E-Wall Motion erklärt das Darwin'sche Evolutionstheorie. So bewegt sich der Urzeitbewohner. Und so bewegt sich der Neandertaler. Und so bewegt sich der Neuseitler. Und meine Damen und Herren, jetzt bewegt sich der moderne Mensch von heute. E-Wall Motion. Empfehlen Sie sich unter www.ewillmotion.de Gewinnen sich einen Einführungskurs mit E-Wall Motion. Und auch ein Tour nach Berlin. I tell you, this is the way to go. E-Wall Motion. E-Wall Motion. E-Wall Motion. E-Wall Motion. Okay, okay, let's bring it up. Bis zum nächsten Mal.